So, herzlich willkommen und vor einer zweiten Runde RANKED! Diesmal der Solo alleine, ohne den mit Marcel, dem ich hier als Carry. Ja, Garen Toplane EZ, wir brauchen keinen Flash oder TP oder sowas. Wir brauchen nur Exhaust und Ignite. Das sind die beiden Sachen, die wir brauchen, um sich das Team komplett zu katen, zu tilten, zum Komplett zu zerstören. Wir werden ihm Garen full-artigen, eventuell nachher nur mit ein paar tank-items. Aber das ist das eigentlich eh ohne nennen, ich war hier einfach rein geh! Eee, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-tumoträger und BAAAM! Komplett that's right! Junge, das ist komplett tot. ja da waren die meine freunde aber es ist ein gutes zeichen da kann ich euch sagen alles in dem projekt was in meinem kanal noch da ist was ich schon angesprochen habe wo ich angefangen wieder richtig viele videos wieder zu machen ja ich hätte keinen schnee ich hätte gerne gerne schnee wenn ich das auch machen könnte aber wo denn ich habe keinen schnee kein schnee habe ich weiß nicht ohne schnee da kann ich leider nicht meine 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 da kann ich leider nicht meine schnitten videos machen und endlich cooles dann zurückdrehen ja natürlich immer halt am anfang ich habe doch kein tp junge da machen wir ihn weg ja dann machen wir einen fetten in welt ja dann machen wir ein wenig in welt ja dann machen wir einen welt ja dann machen wir ein welt tp 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 aber zb tp 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 jungen haben ihr stärke bewiesen haben wir sie fertig gemacht ja da haben wir sie fertig gemacht schade schade ich bin mal gespannt ich glaube ich hole mir das war nicht relativ sehr schön die farben bis jetzt sehr schön als ich erzähle mich gerade geändert warum auch immer jungen der marie topo dreher junge das ist gern da geht's aufs maul ich habe nicht bekommen so ist der pro gang junge das waren pro gang habt ihr ihn alle gesehen jetzt kommt er doch mal mein gott jetzt bin ich tot ich glaube da war ich greedy irgendwie war ich dazu die wir haben jetzt leider etwas jetzt an wasser verloren aber junge das passiert wenn man halt ein bisschen gering ist es halt feinlich dass er halt nur mich braucht mein gott was ja was was sollen wir sagen mit unseren ja items belt junge colossus ist auch man fängt die scheiße wieder an nichts fahren zu können ist doch lächerlich das ist jetzt halt echt mal lächerlich ich glaube soweit ich weiß hat er keinen flash mehr habe ich auch immer gleich noch ein bisschen runter das hat weh jungen ich glaube der ist gleich die beste aktion ihn zu killen das beste ist halt in gerven ich brauche ich meine die flasht ist doch klar ok doch ein verdammt er schön dass du tp aus auch das juckt mich ja so schön das hat mir feiert das ist ein akkling akklingzeit ein bisschen reduziert Junge, du weißt schon, dass ich mehr Damage als du austeile. Ja komm, hüte mich da noch ein bisschen mehr an. Es sei denn, der Mundo ist wieder da. Ja doch, der Mundo ist wieder da. Egal, ich brauche es noch mal in Level 6. Den habe ich. Im nächsten Fall bin ich drin. Ich habe ihn noch mal nicht gesehen. Ich habe Mundo aber nicht gesehen. Nur ein bisschen Pax, die ich mir procken lassen. So und jetzt gehe ich rein. Schade, ich habe mir noch ein bisschen mehr Damage erhofft. Ist er halt schon ein bisschen zu tanky jetzt oder wie? Oh. Ja, ich, ich lasse ihn poken. Jetzt hat er Level 6, jetzt muss ich ihn poken lassen. Lass mich reinpuschen. Ich muss jetzt unbedingt warten. Jetzt wird er. Er wird mich ulten, er wird mich ulten. Ja. Oder so. So. Schon wieder kein Mahn, aber es gar nichts mehr vom Pharma falten. So. 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 Oh, ich mache jetzt so gut wie kein Damage. Ich mache jetzt so gut wie kein Damage. So ist ein guter Zeitpunkt jetzt wegzugehen. Ich habe ihn jetzt reingepusht. Und ja dann holen wir uns so ein schönes... Ja. verbrauchen dass sie diese linke wind ich krieg meine lehren auf ihrer ich bin so schon reingepusht kann doch nicht gehen den ganzen faden den er gerade bekommen den krieg ich auch nicht oh ich hab schon wieder alle meine space ready oh sehr schön DEMOSTIO BAM ins Gesicht da flattert mein Schwert rum aller ganz explosion Junge hat der Junge sich gerade über mein Damage gewundert das war eigentlich die beste Idee dieses Spells zu picken war eigentlich Mundo Junge, das Games wird nicht gelaufen Junge die können nach Hause gehen Bäm komm Alter, ich krieg sogar noch den Festblatt Tower ich erinnere nachher Luchs bekommen Junge, ich brauch den Tower naja ok komm ich bin mal nicht so fies was ist denn der jetzt? oh, hat ein bisschen Items geholt oh, das muss ich allerdings aufpassen das hat der Ultimate das hat der Ultimate allerdings gefällt oh, scheiße Mann der kommt immer auch wirklich der Jungler kommt wirklich immer in einen ungünstigen Moment Junge da bereut man halt doch in dieser Hinsicht keinen Flash zu haben aber ist in dieser Hinsicht egal okay denn wir werden das Games sowieso gewinnen die kriegen mein Tower nicht down die kriegen mein Tower nicht down oh Busch kriegst mein Tower niemals down denn ich kill euch, ja ich kill euch gleich ja alle oh, wolltet ihr da am besten pushen oder was? oh, das tut mir jetzt aber leid da, Nummer 1 down, Junge Junge Ben easy lass mal fahren lass mir doch einfach meinen fahren go please also, wir können uns zusammen mit dem Tower prüfen kommen bam okay, komm ne, wir schreiben TRX das war eigentlich okay, das heißt Arnic bam das hat er grad nicht wirklich getan, oder? okay das ist ja, okay Och, Jönes süße Ulti scheiße komm, den killst du jetzt noch, oder? danke das schafft er noch easy wer da weggekommen komm, das schafft er easy haaa okay was für ein Opfer Junge das ist so oh ja gut ich hab gesagt da ist ja noch ein Schecko gewesen mhm 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 Junge, dann müssen wir halt ein bisschen ablos sein ja, aber die sind ja dreimal gestorben das passiert halt mal das passiert halt mal ja, das ist ja der oh ja schön, Luchs wenn die das jetzt noch schafft oh mein Gott Ah, schade. Schade, Lox. Ah, das spawnt in 5 Sekunden, ja dann hol ich in mir den Red Buff. Oh, will der jetzt schon wieder aufs Mord, oder wie? Ich will mir schnell auf den Red Buff. Ich finde, irgendwie die W könnte sie irgendwie noch rewirken. Dann ist das nicht so scheiße. Oh mein Gott. Das Beste ist, ich kann einfach reingehen und ich verliere halt. Oh. Komm. Ja, oh mein Gott, das dauert auf der Pächer. Oh, Jo, jetzt. Wieso verliert er kein Leben und ich so hart? Oh, Junge. Das ist doch jetzt ein Scherz. 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 Not really. Oh, was, was ist denn jetzt eigentlich hier mit Bottlosen alles? Komm, Leute. Ach. Ja. Go, Push. Mann, das Game ist so easy gewonnen. Müssen sie auch was dir noch reißen, meine Fresse. Ja, guck, geht doch. Da jetzt gehen sie rein. Bam, bam. Oh mein Gott, nein. Ich muss, ich muss im Team, aber ich brauche noch ein Item. Oh Mann. Er ist Schwäche schon wieder beim Fangen, oder was? Ich bitte ein paar Tage. Okay. Look in late game. My damage. Okay. So, okay. Nein, doch, guck, jetzt gewinnt sie hier ihre... Ihre... Das war schon mal sehr gut. Was hat denn noch? Crit Damage. Sehr schön. Good Job. Und jetzt kann ich meine Lane auspushen. Sehr schön. Das ist doch das Schönste, was man doch noch beim Team sehen kann. Wenn sie einfach was gewinnen. So, jetzt gehe ich auf den Tower. Akkissiv. Bäm. 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 Junge, schlitz. 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 Oh, Junge, wilder Junge, ist wirklich... Wilder, wilder Stress. Solche Töten? Bäm. Hm, nö. War doch gar nicht dran. Das reicht noch. Äy, run more. Solche, solche, solche Leute, solche Champion hasse ich einfach. Okay, wir müssen das neue noch ein bisschen Leben dürfen. Sollten wir definitiv jetzt hier noch aufs Item gehen, dafür die Armour return. Ja, 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 ja. Dieser Flame, wieso flame ich für was denn? Okay. Wir schauen jetzt ab jetzt, wie oft ich jetzt noch flame. Wir schauen jetzt wirklich, wie oft ich noch flame ist. Habe ich jetzt alles Spells benutzt für gar nichts? Das ist nicht wirklich du, ich. Ja, der hat Colossus. Aber mir auch nicht, aber... Boah. Ja, Junge ist so ein starker Champion. Und so ist so, so sieht eine Botlane aus. Mit einer, mit einem Support und einem, ja. So, lass mich jetzt mal hier ein bisschen reinhauen. So, und jetzt habe ich ihn. Jetzt rennt er lediglich zu seiner Mama. Guck, wie er rennt. Guck, da rennt er zu seiner Mama. Alter, die Musik ist amazing. Die gefällt mir jetzt schon. Die Musik sagt mir, ich muss rein. Die geht's auch rein. Oh, Junge, fang ich rein. Da habe ich keine Ahnung. Ach, komme ich jetzt einfach hier rein. Scheiß auf den. Die wollen Beef. Die kriegen jetzt, die kriegen jetzt Kirby in die Fresse, Junge. Ah, scheiß drauf. Wo ist mir ja diesen Tor? Ist mir doch egal. Jungs, Hilfe! Oh, Junge, lass mich jetzt einfach in Ruhe, bitte. Lass mich jetzt einfach in Ruhe. Junge, stirbt er! So ein Idiot! So ein Noob! Ah, ich habe Schmerzen. Aua, ich habe Seitenstechen. Junge, mit so einer Musik kann ich nicht sterben. Batz. Batz. Connectinho. Okay, komm, dann geht ihm halt noch denke. Und da sein. Protz des, hvor ich mir das... ...und das jetzt. Och. Plötzlich, teammates. so haben wir noch ein bisschen leben wird gebaut damit wir noch ein bisschen muss er weiß die garen und luchs primär jungen habe ich da habe ich da habe ich items schlatsche schlatsche bayblade bayblade ja komm dann geh mal dran ich hab alles ready ich hab alles ready und tschüss mein freund batz Junge, dem hast du oft um! Junge, da bin ich OP! Schliß, 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 schliß! Oh, der Geputz! Schlotz! Junge, ich bin ein Gegner! Du 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 duu! Demacia! Schliß,τίz! Brotz! Junge, da haut er ihn weg. Und der Bellblade. Lleg du, du 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 du! Mal gucken, wie er für mich das mache. Und... Batz! Junge, fast weg. Du 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 du! Das ist alors to chapter, Sie nostre ab Lol! Jürgen, da Bayblade ich hier rum. Oh, die Benden schon, okay. Ich bin immer dabei. Bayblade! Und Tschüss! Easy win. Schlaz. Oh! Ja, guck, so sieht ein Garen-Game aus. Hier, nichts hier, Garen schlecht. Und so, Garen OP. Und er finished! So, meine Freunde. Das war wieder eine neue Runde Life. Und wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen!